Ich werde häufig gefragt, wie ich meine taube Hündin im Freilauf zu mir rufen kann. Bei uns läuft das so, dass Yuka immer in einem gewissen Radius bleibt und sich alle ein paar Meter umdreht, um sich an ihr zu orientieren. Hier gebe ich ihr dann verschiedene Zeichen oder sie kann normal weiterlaufen. In diesem Fall zeige ich ihr aber unser Zeichen, dass sie zu mir kommen soll. Sie kommt dann auch in ihrem Wackeltrab an und wartet auf weitere Kommunikation. Ich zeige euch hier unser Freigabezeichen und dass sie wieder weiterlaufen kann.